Jetzt unter links. Na endlich, Alex. Ich habe für dich einen Rennschlitten in der Scheune deponiert. Du, wo? Hast du dein 510-Wertnerweite nicht aktualisiert? Was? Siehst du das Radar auf der Minikarte? Es zeigt dir die Winkzellisten-Datenstation. Je mehr du bist, desto grüner wird es folgendes. Oh, das ist ja mal interessant. Oh, äh... Ja, ähm... Das sind meine überragenden Farce-Games.